Ich bin total willig, sagt das Känguru. Ich möchte unbedingt einen Job. Warum? fragt die Frau vom Jobcenter. Ich hab kein Geld. Das hat dich doch bisher auch nicht gestört, sag ich. Ja, aber jetzt stört's mich. Haben Sie denn schon mal eine feste Arbeitsstelle gehabt? fragt die Frau gelangweilt. Eine? fragt das Känguru. Tausende. Ich stand schon in einer riesigen Erdbeere und habe Erdbeeren gegessen. Ich bin als Grillwalker mit einer Gasflasche auf dem Rücken und einem Grill vor dem Bauch über den Alexanderplatz gestiefelt und habe Würstchen gegessen. Ich habe in einem schönen Sommer viele Konzerte in der Wuhlheide angeguckt, mit einem Fass auf dem Rücken, an dem ein Schlauch dran war und daraus habe ich Bier getrunken. Gute Jobs eigentlich. Ich habe es aber leider nie über die Probezeit geschafft. Ich wünschte, ich wäre tot, sagt die Frau. Wie bitte? fragt das Känguru. Erzählen Sie ruhig weiter, sagt die Frau. Haben Sie irgendwelche Wunschvorstellungen? Äh, also, ich könnte mir gut vorstellen, mich hinter eine Theke zu stellen und Schnaps zu trinken, sagt das Känguru. Referenzen. Ja, von meinem letzten Arbeitgeber habe ich ein Arbeitszeugnis bekommen, auf das ich wirklich stolz bin. So, fragt die Frau und seufzt. Zeigen Sie mal. Das Känguru kramt in seinen Beutel. Auf dem Schreibtisch klingelt das Telefon. Die Frau nimmt ab. Ja, fragt sie. Aha. Ja. Ja. Aha. Ja. Sagt sie und beginnt sich dabei den Hörer gegen die Stirn zu schlagen. Aha. Ja. Ja. Das Känguru blickt mich besorgt an. Ich zucke ratlos mit den Schultern. Ja, wird gemacht, sagt die Frau und legt auf. Einige Sekunden blickt sie ins Leere. Äh, hier ist das Zeugnis, sagt das Känguru und reicht ihr ein Papier. Danke, sagt die Frau. Aber Obacht, sagt das Känguru, das liest sich positiver, als es gemeint ist. Die benutzen da immer so einen Kapitalisten-Geheimcode. Die Frau liest laut vor. Das Känguru war bei seiner Arbeit immer unkreativ, unpünktlich, unflexibel, desinteressiert, nicht belastbar, kaum teamfähig, schwer zu begeistern und unkreativ. Vorgesetzten gegenüber war es unfähig, sich unterzuordnen, vulgär, obszön und gelegentlich handgreiflich. Vom Tacker bis zum Flachbildschirm waren alle ihm zugeteilten Arbeitsgeräte innerhalb von Stunden nicht mehr auffindbar. Schon am zweiten Arbeitstag versuchte es mit einigem Erfolg einen Generalstreik zu organisieren. Die Firma sah sich gezwungen, nach neun Tagen eine fristlose Kündigung auszusprechen. Zu diesem Zeitpunkt war das Känguru allerdings schon mehrere Tage nicht mehr an seinem Arbeitsplatz erschienen. Die Frau lässt ihr Zeugnis sinken. Nur was daran liest sich positiver, als es gemeint ist. Nächster Satz, sagt das Känguru. Sie liest, in den fünf Tagen, die es tatsächlich bei uns gearbeitet hat, hatte es allerdings durch seine Geselligkeit zur Verbesserung des Betriebsklimas weitgetragen. Hä? Frage ich verwundert. Es ist ein Code für Übertrieb und Alkoholkonsum, sagt die Frau. Du hast gesoffen auf Arbeit, frage ich. Ich kann das verstehen, sagt die Frau und holt einen Flachmann aus ihrer Schublade. Applaus